Also gerade bei dieser Baugeschichte mit diesem Wohnungskern, das fand ich super interessant und sehe ich auch sehr in der Zukunft, weil man da halt einen Wohnraum komplett gestalten kann, wie man es möchte. Man hat halt diese Grundversorgung in diesem Wohnkern. Viele sagen dann so, das Bad ist mir zu klein oder ich bräuchte jetzt größere Schlafräume, aber dafür einen kleineren Wohnraum und so kann man sich das halt ja alles stecken, wie man möchte. Sollte